Hallo und herzlich willkommen zu den Breathing Breaks. Heute üben wir eine Atmung aus der Kundalini-Yoga-Linie. Es ist eine sehr energetische Atmung, die dem Körper auch ganz viel Energie zufügt und dich hoffentlich wieder fit macht, falls du gerade im Energietief sitzt und dringend neue Energie benötigst. Die Kundalini-Atmung geht folgendermaßen. Wir atmen auf fünf Zähler ein, tief in den Bauch und atmen dann auf fünf Zähler wieder aus. Gleichzeitig nimmst du deine Hände vor den Körper, deine Handflächen zeigen zueinander und beim Einatmen und beim Ausatmen führst du deine Hände kraftvoll bis kurz voreinander. Also ich mache es dir einmal vor. Einatmen, ausatmen. Gerne durch die Nase ein, durch den Mund wieder aus und auf jeden der fünf Zähler machst du eine Bewegung Richtung Bauch. Das Ganze machen wir dreimal hintereinander. Auch hier wieder, du kannst es natürlich so lange fortführen, bis du wirklich das Gefühl hast, dein Körper ist erfrischt und gestärkt und du kannst mit deinem Alltag weitermachen. Dann lass uns anfangen, bring deine Hände in Position und wir atmen ein und aus. Ein, aus. Ein, aus. Wunderbar. Wie immer, nun dir einen Moment Zeit, zu deiner ganz natürlichen Atmung zurückzukehren, einmal nachzuspüren, was in deinem Körper passiert und dann, wenn du soweit bist, kehr zurück in deinen Alltag, hoffentlich gestärkt mit ganz viel frischer Energie. Danke, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Danke, dass du da warst und bis zum nächsten Mal.